Frank Farmer zu Miss Marin Was? Alexander Graham Bell zu Miss Marin Okay Ich sagte, Sie waren früher beim Geheimdienst Ich war zwei Jahre bei Carter, vier bei Reagan Auf Reagan wurde geschossen Während ich den Job hatte nicht Hallo Sie sehen nicht aus wie ein Leibwächter Das ist meine Tarnung Aber sein Timing ist gut Henry, ich habe jahrelang Leute auf der ganzen Welt bewacht Und dabei eins festgestellt Es spielt keine Rolle, wie unfähig die Attentäter sind Und wie weit sie ihr Ziel verfehlen Es gibt einen, der immer getroffen wird Wer? Eine freche schwarze Chauffeur Haben Sie Angst, man könnte mich abknallen in meinem schicken Trainingsanzug? Nein, ich habe Angst, dass ich mit ihm Jordan muss Jemand war in meinem Haus? Moment mal, es war jemand in meinem Haus? Jeder hat für irgendetwas Angst Deshalb verhalten wir uns so Wenn wir Angst haben, verlieren wir Frank Farmer, ich will, dass Sie sich voll und ganz konzentrieren Rachel, ich möchte bei meiner Arbeit nicht irritiert werden Ich irritiere Sie doch nicht Sie bezahlen mich, damit ich Sie beschütze Das ist mein Schiff Was ist es dann? Ich habe Angst, dass ich im richtigen Moment nicht da bin Gäste dir meine Angst, dass ich ihn ins